Hey Mann, wie frage ich eine Frau nach einem Date? Das werden wir sehr häufig in den E-Mails, in den Kommentaren gefragt und dabei kann man wirklich eine ganze Menge falsch machen. Aber zum Glück auch eine ganze Menge richtig. In diesem Video bekommst du von mir meine 3-Schritt-Strategie, mit der ich Frauen immer nach einem Date frage und das ist auch sehr erfolgreich. Und ich mache dich auf die 4 häufigsten Fehler aufmerksam, die wirklich so viele Männer da draußen machen. Dazu noch jede Menge Bonus-Tipps, also lass uns loslegen. Hey, was geht ab? Hier ist der Sven von Männlichkeitsstärken. Und eine Frau nach einem Date zu fragen, da kannst du eine ganze Menge falsch machen. Deswegen lass uns uns gleich diese Fehler anschauen, die so viele Männer machen. Fehler Nummer 1. Kein Kontakt aufnehmen. Ich meine, hey, wir kennen das alle. Früher ich aus der Schule, in der Uni oder sogar bei der Arbeit. Wir sehen da eine Frau und irgendwie interessiert die uns. Irgendwas finden wir an der toll und wir fragen uns, Oh, wie spreche ich sie an? Wie frage ich sie nach einem Date? Und wir gucken dann vielleicht mal und immer wenn sie da ist, drehen wir uns hin und sehen sie an. Aber wir kommen nie in die Puschen rüber zu gehen und zu sagen so, hi. Und sie dann nach einem Date zu fragen oder erst ein Gespräch zu führen und sie dann nach einem Date zu fragen. Und das ist der erste große Fehler, den viele, viele Männer machen. Die kommen erst gar nicht in den Kontakt mit der Frau, die sie nach einem Date fragen wollen. Und im schlimmsten Fall gucken sie auch immer noch und sind so creepy und die Frau merkt schon, okay, da ist irgendwas, der guckt ständig zu mir, der hat irgendwie Interesse. Aber auf der anderen Seite hat er keine Eier in der Hose, ihr das auch zu sagen. Und das ist eine 1A Kombination, mit der du auf eine Frau echt gruselig wirken kannst. Deswegen, wenn du an einer Frau interessiert bist und noch nicht mit ihr in Kontakt bist, hey, dann nehmen Kontakt auf. Der größte Fehler, den die Männer dabei machen mit, ist, dass sie einfach gar nicht erst ins Gespräch kommen. Fehler Nummer 2, Kontakt aufnehmen, sie aber nicht nach einem Date fragen. Das machen so viele Männer falsch. Sie reden mit der Frau, sie sind im Gespräch, sie reden über das Wetter da draußen, über den Weg zur Arbeit und über all die anderen schönen Dinge, die man auf dieser Welt machen kann. Sie kommen bloß einfach nicht mit der Sprache raus. Sie kommen nicht mit der Sprache raus, so hey, wollen wir mal auf ein Date gehen? Das tun sie nicht und deswegen ist es der direkte Weg in die Friendzone. Und sie wundern sich dann so, oh, wie kann ich sie nach einem Date fragen, wenn du die Chance eigentlich schon längst verpasst hast. Fehler Nummer 3, Kontakt aufnehmen und sie indirekt nach einem Date fragen. Na, vielleicht hast du das auch schon mal gemacht. Du bist im Gespräch und sagst dann solche Sachen wie, vielleicht sieht man sich ja mal die Tage. Oder du legst solche Köder aus, indem du sagst, ah, du spielst auch Gitarre und in dir gibt es einen Anteil, der ganz stark jetzt darauf hofft, dass die Frau ungefähr so reagiert. Was, du spielst auch Gitarre? Das ist ja voll schön. Lass uns mal bei dir treffen. Können wir einen Schluck Wein trinken? Können wir gemeinsam ein bisschen mit der Gitarre rumspielen, bevor wir wild miteinander rumknutschen? Not gonna happen. Auch wenn du den letzten Satz rausstreichst. Not gonna happen. Denn eine Frau indirekt nach einem Date zu fragen, wird einfach übersehen. Als Mann musst du auf eine andere Art und Weise nach einem Date fragen. Aber lass uns erstmal auf den vierten Fehler noch kommen. Fehler Nummer 4, Kontakt aufnehmen und sie falsch nach einem Date fragen. Das sind dann solche Sachen wie, hast du morgen schon was vor? Lust mal klettern zu gehen? Hast du Bock auf einem Date? Das ist schon ziemlich cool, weil du hast eindeutig Mut bewiesen und auch die Eier in der Hose gehabt, sie zu fragen. Aber es geht noch besser. Und es geht vor allen Dingen besser, wenn du diesen Tipp hier beachtest, nämlich, dass du am besten das Wort Date gar nicht in den Mund nimmst. Dass du es gar nicht aussprichst. Weil das Wort Date hat für Frauen ganz häufig so eine Kombination aus, okay, ich gehe jetzt mit ihm auf ein Date. Das heißt, ich finde ihn ja potenziell als Sexualpartner interessant. Vielleicht knutschen wir rum, vielleicht kommen wir ja zusammen, vielleicht ist es nur eine Affäre, vielleicht haben wir ja mal Kinder und heiraten. Und dann sind wir irgendwann... Da hängt ein ganzer Rattenschwanz an Ideen und komisches Zeug, was man sich im Kopf und was die Frau sich im Kopf machen kann. Weswegen sie dann entscheiden kann, so, nee, mit denen Enkel zu haben, darauf habe ich keinen Bock. Jetzt mal metaphorisch übertrieben gesprochen. Deswegen lass das Wort am besten aus deinem Gesprächsschatz draußen. Denn was sehr viel wichtiger als die Überschrift ist, die ihr eurem Treffen gebt, ist deine Führungsqualitäten, ist dein Selbstbewusstsein, das diesen Moment mit der Frau zusammen erst in ein Date verwandelt. Wie sehr bekommst du das hin mit deiner charismatischen Geschichte, die du zum Beispiel erzählen kannst, weil du was Cooles erlebt hast, das Prickeln und die Neugierde in ihr zu erwecken. Wie sehr bekommst du das hin, dein Herz aufzumachen und nicht immer den coolen Macho rauszuhängen, sondern auch mal ehrlich von dir und von deinen Fehlern zu reden. Das sind Qualitäten, die dich als Mann auszeichnen und nicht als, wie kriege ich sie irgendwie zum Date und dort verführt, sondern das sind die Qualitäten, in die sich Frauen auch verlieben. Und deswegen ist der authentische Mannsein-Workshop kein Dating-Workshop, wo du Gesprächsfetzen auswendig lernst und irgendeinen anderen Schrott, den es woanders gibt, sondern das ist ein Workshop, wo du dieses Selbstbewusstsein und diese Führungsqualitäten verinnerlichst, um sie dann raus an diese wunderschöne Welt zu tragen, zu diesen wunderschönen Frauen. Denn wenn du dieses Selbstbewusstsein und diese Führungsqualitäten nicht hast, dann begibst du dich von deinem Verhalten in die weibliche Qualität. In die weibliche Qualität des, ich habe sie doch indirekt nach einem Date gefragt oder ich bin doch mit ihr in einem Gespräch und warte nur darauf, dass sie endlich selber auf die Idee kommt, Führung zu übernehmen und zu sagen, so, ah, du spielst ja auch Gitarre, das ist ja toll, lass mal zusammen Gitarre spielen. Das funktioniert bei Frauen, die gerne in Führung gehen und die männlichen Qualitäten erleben, aber bei den meisten Frauen, die von Grund auf von ihrer Biologie und deswegen auch in der weiblichen Qualität sind, die übernehmen die Führung nicht und fragen nicht nach einem Date. Das ist dein Job. Und dein Job ist es auch, das ist ein Mindset-Tipp, den ich dir dazu geben möchte, dass du da rauskommst, dieses so, oh, wie kann ich sie nach einem Date fragen? Wie kriege ich es dahin, dass ich sie dazu überzeuge, mit mir auf ein Date zu gehen? Das ist so ein Nice-Guy-Gehabe, dazu machen wir in Zukunft übrigens ein Video, das ist so ein Nice-Guy-Gehabe, so ein, auch wieder in der weiblichen Qualität zu sein und sich als die tolle Frau da oben, die Heilige und ich, der Bittsteller zu verstehen. Eine Frau nach einem Date zu fragen, ist eigentlich von der Struktur her, du fragst sie nicht nach einem Date, du machst ihr ein Angebot, an deinem tollen Leben mit teilzunehmen, zu sagen, hey, guck mal, schau mal hier, das ist so richtig geil, lass uns das zusammen machen, bist du dabei? Und nicht, kommst du mit mir bitte auf ein Date? Und was mich in diesem Zusammenhang interessiert ist, wie hast du die letzte Frau, mit der du auf einem Date warst, nach einem Date gefragt? Hast du mit ihr telefoniert? Hast du sie persönlich gefragt? Hast du ihr eine Textnachricht geschrieben? Klick dich mal oben in die Umfrage rein, mich interessiert das, weil da gibt es einen ganz bestimmten Aspekt, was gerade auch so ein Nice-Guy-Gehabe und selbstbewusstes Sein unterscheidet, darauf gehe ich dann in diesem Video ein. Kommen wir zu der perfekten Ahnung, sie nach einem Date zu fragen. Schritt Nummer 1, mache das, woran du Spaß hast. Und der Fokus liegt hier darauf, woran du Spaß hast. Nicht, was deine besten Kumpels als eine gute Date-Idee halten oder was die Frau gerne würde. Wenn du diesen Sachen folgst, dann landest du ganz schnell in der Disco, obwohl du eigentlich gar nicht so der Disco-Gänger bist. Oder beim langweiligen Kaffee und langen Gesprächslücken, weil du einfach nicht so der typische Laber-Typ bist, dass du eine Frau mit seinen Gesprächen um den Finger wickeln kannst. Mache das, worauf du Lust hast. Und was ich da zum Beispiel gerne mache, ist, ich gehe im Wald spazieren, weil ich liebe den Wald, ich liebe die Natur, ich atme gerne diese frische Luft ein. Und ich kann auch Dinge erzählen, ich kenne die Bäume, ich weiß, wie sie untereinander vernetzt sind, wie sie sich gegenseitig Nährstoffe hin und her schicken, wie sie wie Familien füreinander sorgen. Ich habe, auch wenn mir dann gerade nichts zum Reden einfällt, kann man ja sich einfach mal laufen. Das ist das Wichtige. Mache Dinge, die dir gefallen, wo du dich wohlfühlst. Sonst landest du ganz schnell in einer Situation, wo zu der Nervosität von dem Date noch die Nervosität einer Umgebung, die du nicht kennst, kommst. Was nicht heißt, dass du nur an Orte gehen sollst, wo du schon vorher warst. Wenn du heute die E-Mail von Martin gelesen hast, hast ja deine ziemlich coole Strategie erklärt, wie du ständig in neuen Orten trotzdem eine richtig geile Energie herstellen kannst. Schritt Nummer 2. Sage ihr, was du machen willst. Und sei dabei konkret. Sage ihr, wo du mit ihr hingehen möchtest, wann du das machen möchtest und was ihr da gemeinsam macht. Frauen lieben das, wenn du die Führung übernimmst. Frauen wollen sich nicht überlegen, so, okay, den Thomas, was könnten wir denn wohl zusammen machen? Ja, wir könnten ja ins Kino gehen oder wir könnten uns mit meinen Freunden treffen. Das all das willst du nicht. Du willst als Mann Führung übernehmen. Das heißt wirklich, sei so konkret wie nur möglich, wie das Ganze aussehen kann. Hey, zeige ich dir ein paar Beispiele. Hier. Hey Marie, ich gehe am Mittwochabend in Kreuzberg klettern. Oder Hey Susanne, ich hätte voll Lust, ein neues Restaurant bei mir um die Ecke auszuprobieren. Mittwoch oder Freitag ab 19 Uhr habe ich Zeit. Oder Hey Luisa, ich hoffe, du hast ein umwerfendes Kleid im Kleiderschrank. Ich habe zwei Karten für die Oper am Freitagabend. Und lass dir zu der Anzahl der Möglichkeiten, der du einer Frau geben kannst, einen kleinen Bonustipp geben. Ich mag es sehr, einen konkreten Termin mit einer konkreten Idee vorzuschlagen. Und gar nicht erst irgendwie zwei Möglichkeiten zu geben oder drei Möglichkeiten zu geben. Ganz einfach, weil mein Status oder mein Sein ist es, ich habe ein cooles Leben. Guck mal, ich gehe am Mittwoch klettern. Hast du Lust daran teilzunehmen? Da hätte ich dich gerne mit dabei. Also es ist nicht so, oh, guck mal, ich gehe am Mittwoch klettern, ich gehe am Freitag in die Oper und auch das könnte funktionieren. Aber ich, und ich gehe am Sonntag, gehe ich in das Restaurant, wirst du dann mitkommen. Umso mehr Möglichkeiten du einer Frau gibst, desto eher wirkt es so, als würdest du dein Leben ganz, ganz viel Platz einrichten, damit hoffentlich diese Frau zu dir kommt. Wohingegen der State, meiner Meinung nach, auch der schönere State ist, zu sagen, hey, guck mal, ich habe ein cooles Leben. Sei mit dabei oder halt auch nicht. Schritt Nummer drei. Lade sie in deine Welt ein. Und ich zeige dir das gleich anhand von ein paar Beispielen. Hey Marie, ich gehe am Mittwochabend in Kreuzberg klettern, Lust mit dabei zu sein. Hey Susanne, ich hätte voll Lust, Restaurant und so weiter, Mittwoch, Freitag. Bist du dabei? Hey Luisa, umwerfendes Kleid und so weiter. Mal wieder Lust, dich richtig schick zu machen. Es geht im dritten Schritt also darum, dass du einfach nur sagst, hey, kommst du mit? Also im ersten Schritt überlegst du dir, was willst du machen? Im zweiten Schritt sagst du der Frau konkret, wann, wie und wo du das machen möchtest. Und im dritten Schritt sagst du einfach nur, bist du dabei? Ja, kommst du mit? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie eine Frau darauf reagiert. Sie könnte eindeutig ja sagen, so ja, bin sofort dabei. Sie könnte sagen, so ja, hätte ich voll Lust, aber keine Zeit, dann musst du halt nochmal die Termine entsprechend sortieren. Es könnte aber auch sein, dass sie sich einfach komplett nicht meldet. Und was du dann machst, ist folgendes. Du schreibst dir einfach, hey, kannst du mir ein Feedback geben? Hey, was ist los? Kannst du mir mal sagen, ob du am Mittwoch mit dabei bist oder nicht? Weil, das ist ja für dich, wenn du ein cooles Leben hast, auch sehr relevant. Du hast ja keinen Bock, du hast ja Bock am Mittwoch, zum Beispiel, wenn du klettern gehen möchtest, mit einer coolen Person zusammenklettern zu gehen. Wenn dir die Frau kein Feedback gibt, dann kann man das erfragen, weil du würdest ja, wenn sie dann zum Beispiel sagt, nee, ich habe keinen Bock, lädst du jemand anderen ein, guten Kumpel, eine andere Frau und das kannst du dementsprechend auch kommunizieren. Und du kommunizierst damit vor allen Dingen auch, ja, dass du ein geiles Leben hast und wenn sie darauf keinen Bock hat, du jemand anderen mitnimmst, aber vor allen Dingen auch, dass du okay bist mit dem Nein einer Frau. Das zeugt von Selbstbewusstsein und es zeugt auch vor allen Dingen für dich von einer wichtigen Sache, nämlich, dass du bereit bist, dir dieses Nein abzuholen, die Männer, die versuchen, sich irgendwie in ein Date hineinzuschummeln, so versteckt nach einem Date zu fragen, in der Hoffnung, dass die Frau vielleicht sogar sie nach einem Date fragt, ja, die haben nicht verstanden, dass sie das Nein der Frau bereits haben, indem du das Risiko eingehst, sie nach einem Date zu fragen, wie zum Beispiel mit den drei Schritten, die ich dir gegeben habe. Damit gehst du das Risiko natürlich ein, ein Ja zu bekommen. Das Nein hast du schon längst. Also frage sie nach einem Date. Mach nicht die Fehler, die ich dir genannt habe. Benutz die drei Schritte Strategie. Und dann hast du, das ist so meine Erfahrung, hast du eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du echt ein geiles Date hast, coole Zeit und vielleicht sich sogar mehr daraus entwickelt. In diesem Zusammenhang klick dich oben unbedingt nochmal in die Umfrage rein. Mich interessiert, wie du dein letztes Date ausgemacht hast, damit wir das in dem Nice Guy Video wieder aufgreifen können. Nächste Woche geht es um das Thema Männerseminar. Ich erzähle so ein bisschen aus den Nähkästchen, was ich alles schon am abgefuckten und abgetreten Zeug erlebt habe, auch was ich an ziemlich coolen Sachen erlebt habe. Du kriegst von mir eine Einschätzung, welche verschiedenen Männerseminare es da draußen gibt. Und ich kenne eine ganze Menge von denen. Und wann du vielleicht das eine machen solltest, wann du das andere machen solltest und welcher Schrott da echt teilweise dabei ist, sei mit dabei und in diesem Sinne sei frei, sei geil, sei Mann.